So liebe Leute, willkommen zu RECFIRST und wir machen heute weiter mit einem Deathmatch und starten hier rein heute. Oh, den Double Decker, den kann man nehmen. Machen wir es mal. Auf geht's. Ah, das ist ein Deathmatch Derby. Okay, na gut. Also sprich wieder ein Klapp zerstören, 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 soweit ich das jetzt verstehe, das würde zumindest die Arena erklären. So, auf geht's. Ja. Drei, fünf Minuten, wir sollen drei Gegner zerstören und am besten so viele wie möglich, äh, damit es erst so viele wie möglich sind. Warum auch immer, dass ich jetzt schon wieder umkippe. Na gut, die, die Höhe. Ja, das ist jetzt schön umkippen. Na gut, das Auto hat, glaube ich, ja gar kein Tuning oder sowas drin. 4 Minuten auch, wir sollen unbedingt noch Autos zerstören. Den habe ich mal komplett mitgenommen, beide. Und noch mal ein... Diesen Überschlag hat er noch was mitbekommen. Na, wir haben aber auch nicht mehr so viel. Ich glaube ohne Tuning wird das schwierig werden, das Ding heute mitzunehmen. So, wir haben immer noch keine Autos zerstören. Weil wir haben immer noch, nur, Maximum die Demolierhilfe. Auf jeden Fall hat es einen da mitgenommen. Das Auto im Moment da, das Grüne. Und noch kein Auto zerstört. Ich dachte, ich würde den jetzt mitnehmen können. Aber nur einen Zusammenstoß, na schade. Zwei Minütchen noch. Ei, 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 ei. Sollen sie aber auch mir ein bisschen an den Kragen. 28 haben wir noch. Ne, also zerstören wir mal keine mehr. Das ist eigentlich fast klar. Vielleicht doch den einen hier. Den ersten. Hurra, wir haben mal ein Auto zerstört. Also wir sind jetzt dadurch schon dritter. Wollen jetzt den zweiten direkt hinterher. Und nehmen den dritten direkt mit. Also jetzt haben wir doch noch mal, wie wir selber rausgefunden haben. Durch diesen Sieg haben wir es geschafft. Also zumindest mal ein bisschen was mit vorne dabei. Das war ganz, ganz gut, dass wir zwei, drei Autos ineinander gefallen sind. Also schauen wir mal, Weespawn möglich. Also ist es Weespawn möglich? Ich gucke gerade, ob ich noch ein Auto befinde, das jetzt doch relativ viel angeschlagen ist. Wollen wir da vielleicht noch einen Sieg an zu stauben? Da ist noch einer. Ja. Nehmen wir mal mit raus. Wir sind momentan nur auf Platz drei liegend. Also ich denke mal nicht, dass wir groß. Hören wir nochmal mit. Und am Ende ist es dann nur Platz drei, die wir uns hier angeln. Ja, wo dritter. Also mehr. Ja, tatsächlich heute nicht drin. Freie Autos zerstört. Ne, zweiter sind wir sogar noch am Ende geworden. Aber da, weil ich nicht noch ein weiteres Auto kassiert habe. Schade, ich dachte, ich kriege noch einen. Aber naja, es ist dann mein Platz zwei, ist die Fäße gewinnt das Rennen. Und hat vier Zerstörungs, vier Fahrzeuge zerstört hat. Naja, ist halt so. Ich glaube, 3-0 wäre auch vorne gewesen. Glaube ich zumindest. Ich weiß es nicht. Aber egal. Zweiter ist auch in Ordnung. So. Dann würde ich sagen, machen wir Fallabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann gucken wir mal, was wir da so als nächstes Abend stehen haben. Ne? Ich mache jetzt so ein bisschen was kürzere Folgen, weil ich ja zum nächsten Urlaub fahre. und ein paar Folgen auf jeden Fall noch ausruhen will. Bis dahin. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.